In diesem Video möchte ich mit euch die Mini-Teich-Saison 2022 eröffnen, zumindest bei mir zu Hause. Einige sind vielleicht schon ein bisschen länger dabei, andere haben das vielleicht noch vor oder als Überlegung. Ihr wisst, dass ich das als einen Part meiner Aquaristik jetzt schon einige Jahre betreibe und es geht wieder um den Mini-Teich auf meiner Terrasse. Ich muss dazu sagen, dass ich dieses Jahr so ein kleines bisschen weniger motiviert war, den Mini-Teich mit Fischen zu besetzen und habe da lange überlegt, was ich mache und so weiter und ob ich nochmal was Besonderes einsetze und da gingen echt einige Überlegungen rein und ich hätte das nicht gemacht, wenn ich dann nicht die Motivation dazu gefunden hätte, denn das macht keinen Sinn. Also überlegt euch wirklich vorher, habt ihr da Bock drauf? Ist das was, worum ihr euch kümmern wollt, was euch Freude bereitet? Oder ist es vielleicht auch mal ein Jahr so, dass ihr sagt, ja gut, jetzt habe ich das die letzten Jahre gehabt und gemacht, was soll da jetzt Neues passieren und so weiter, dann muss man das ja auch nicht tun. Man kann auch mal ein Jahr aussetzen und so weiter und ich stand echt kurz davor, ein Jahr auszusetzen und dann ergab es sich aber, dass ich mein No-Maintenance-Aquarium auf meiner Arbeit abbauen musste und dadurch haben sich dann Fische ergeben, die ich sehr gut in meinem Mini-Teich halten konnte oder kann für diese Saison und welche das sind und so, seht ihr gleich im Video. Auf jeden Fall war das so der Werdegang. Ähm, genau. Und deswegen gibt es dann jetzt auch dieses Video. Das wird jetzt nicht wahnsinnig intensiv und lang, denn ich habe eine ganze Playlist dazu schon gemacht und alle möglichen Gedanken und ich habe verschiedene Herangehensweisen schon gewählt. Ich zeige euch, wie es dieses Jahr ist, wie der Teich über den Winter gekommen ist, welche Fische einziehen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht diesen Sommer noch damit. Und ja, wenn euch das gefällt, gebt einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, läutet die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Vielleicht auch nochmal ein Update zu diesem Mini-Teich und ja, schaut auf Instagram vorbei und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Schauen dieses Videos. Und zwar nehme ich euch zu Beginn jetzt erstmal mit auf meine Terrasse, also damit man es auch mal sieht, so wo das steht. Das geht aus der Wohnung raus und ich liebe das Frühjahr. Ich liebe den Frühling, wenn alles losgeht und blüht. Und die Pflanzen hier tun mir echt schon den Gefall. Wir haben viel Lavendel, ein kleines Apfelbäumchen, eine Magnolie hinten, eine Hyazinthe, alles mögliche, Kirschlaube zur Beschattung, ein Wein. Dann haben wir hier noch eine Clematis, die wunderschön dann blühen wird. Und ja, der Frühling ist einfach total klasse, wenn so alles wiederkommt. Und darauf ist die Terrasse auch ausgelegt, dass also tatsächlich wir hier mittlerweile keine Pflanzen mehr haben, die wir irgendwie über den Winter reinstellen müssen. Das hatten wir lange mit Zitronenbäumen und so weiter. Die haben wir jetzt nicht mehr. Dann alles ist so, dass es wiederkommt. Und das ist einfach wunderschön. Und ein kleines Stück Natur hier mitten in der Stadt, kann man sagen. Und das ist die Ecke, wo der Mini-Teich steht und auch den ganzen Winter überstand. In der Ecke auch noch mal ein bisschen Lavendel. Davor, das dürfte, lasst mich nicht lügen, Majoran sein. Oder Thymian. Thymian ist es, glaube ich. Ja, und das ist der Mini-Teich jetzt so ziemlich aus dem Winter raus. Ihr seht, die Iris ist schon gewachsen. Man erkennt die Seerose so ein bisschen. Das ist eine Mini-Seerose, eine Zwergseerose. Und genau, ich habe, da seht ihr schon drumherum, so ein bisschen Holz gesetzt. Das waren Wurzeln, die ich noch über hatte. Das fand ich ganz schön. Und ihr seht auch, dass der Lufthebefilter läuft. Und der ist auch das Ganze ja überdurchgelaufen. Ich habe hinten so eine kleine Kammer mit einem Stromanschluss. Da steht eine Membranpumpe drin. Und über einen langen Schlauch wird das dann quasi angeschlossen. So, was auch auffällt, ist, dass einige Algen sich gebildet haben, die jetzt hier so frei im Wasser rumschwimmen. Ich habe schon ein bisschen Hornkraut reingegeben. Das ist also nicht aus der Überwinterung. Und genau, da muss ich mal schauen. Also ich habe gehört, dass es auch überwintern kann. Also zurückgeht im Winter, aber dann auch wiederkommt. Das ist mir jetzt hier noch nicht gelungen. Also das aus dem Aquarium. Ja, und mein erster Schritt ist dann erstmal, ja, die ganzen Algen, die sich so an der Oberfläche auch gesammelt haben. Abzukeschern, um, naja, zumindest so ein bisschen Ordnung zu schaffen. Ich habe mich dieses Jahr dagegen entschieden, den Teich irgendwie komplett zu säubern oder so. Das habe ich ja auch schon mal gemacht. Das komplette Säubern, also Wasser ablassen, alles abschruben und so weiter. Das kann man auch machen. Der Teich braucht dann natürlich wieder ein bisschen, bis er eingelaufen ist. Aber der Filter ist ja auch gut eingefahren. Und das kann man machen, auch um zum Beispiel, ja, ungeliebte Mitbewohner für die Fischhaltung von kleinen Fischen zu vermeiden. Wie zum Beispiel Libellenlarven oder so. Die kleine Seerose kommt wieder. Sieht schon ganz, ganz schön aus. Schöne rote Blätter jetzt erstmal. Die wird dann so mit der Zeit einfach kommen. Ja, und insgesamt jetzt, klar, habe ich darin gerade rumgewühlt. Sieht das ein bisschen trüb aus. Das Wasser ist aber tatsächlich eigentlich glasklar. Und das finde ich auch gut, denn ich möchte auch ein bisschen reingucken können. So, die Hölzer am Rand. Da kann ich mir halt auch vorstellen, dass ich da vielleicht mal mit ein bisschen Moos noch arbeite und so, um das Ganze stehen zu lassen. Genau. Jetzt seht ihr, dass ich erstmal einen Wasserwechsel mache. Das ist sicherlich absolut nicht zwingend nötig. Aber was ich hier auch nochmal zeigen möchte, ich nutze dieses Wasser natürlich dann für die Pflanzen. Die hier sonst so auf der Terrasse rumstehen. Das ist eine Menge. Und Pflanzen im Topf auf der Terrasse trocknen auch schnell aus. Wir hatten ja schon unsere warmen Tage und da muss ordentlich gegossen werden. So wie auch mein Wechselwasser von den Aquarien ich gerne für die Pflanzen nutze. Das geht nicht zu 100 Prozent. Dafür nehme ich zu viel Wasser raus. Zumindest nicht immer. Aber ich versuche einen Großteil hier für die Pflanzen draußen zu nutzen. Das ist einfach sehr, sehr wertvolles. Das ist in der Regel recht nährstoffreiches Wasser im Vergleich zu Leitungswasser. Und das danken einem die Pflanzen. Das ist jetzt so ziemlich zugebaut, dass ich mit meiner alten Gießkanne hier kaum mehr reinkomme. Da ist das Holz dann wieder so ein bisschen unpraktisch. Aber ich mache hier ja auch keinen großen Wasserwechsel. Ich fülle das mal nach und so. Aber das läuft an sich so stabil für sich. Das erste, was immer wichtig ist, Temperaturmessung. Das war jetzt einer der ersten wärmeren Tage hier. Da habe ich mal gemessen. Ihr seht einmal Mikrosiemens 410. Das ist tatsächlich relativ hoch dafür, dass es Regenwasser ist. Und wir haben 20 Grad tagsüber. Das ist schon mal ganz gut. Heißt aber noch nicht, dass es nachts warm genug ist. Ich habe hier hinten so ein bisschen Korallenbruch drin. Entschuldigung. Einen Sack, den ich schon Ewigkeiten hier in Verwendung habe. Und der härtet mir das Regenwasser tatsächlich auf Dauer so ein bisschen auf. Dass wir in diesem sehr angenehmen Bereich liegen. Zumindest auch für die Fische, die jetzt hier später wieder einziehen werden. Das finde ich tatsächlich wichtig. Nachgefüllt wird das Ganze einfach über einen Gartenschlauch, den ich auf der Terrasse benutze. Wenn der länger lag, dann sehe ich immer zu, dass ich zuerst die Pflanzen gieße. Denn zusätzlich zu dem Wechselwasser aus den Aquarien ist es nötig, die Pflanzen hier zu gießen. Damit einfach der Schlauch gut durchgespült wird und da kein abgestandenes Wasser drin ist. Und wenn ich damit fertig bin, dann fülle ich damit den Miniteich auf oder nach. Und wie gesagt, diese Wasserwechselgeschichte mache ich ganz sporadisch. Da habe ich auch keinen genauen Plan. Ich weiß aus der Erfahrung heraus hier, das muss ja kein blitzeblankes System sein, sondern es soll natürlich sein. Ein paar Algen sind dann auch okay. Und von den Wasserwerten her, ich messe die oder habe die in der Vergangenheit regelmäßig auch gemessen, weil mich das interessiert hat. So ein System draußen ist einfach unglaublich stabil. Also wirklich total stabil. Den Schlauch klemme ich immer noch so ab. Habe da gar keinen Hahn dran. Das geht natürlich genauso. Habe ich ja drinnen auch in Verwendung, aber ich gehe da hier draußen immer so mit um. Naja und dann würde ich jetzt auch schon mal zum Satz kommen, denn wenn es warm genug ist, kommen diese Fische rein. Und das ist jetzt so ein bisschen so vielleicht der Moment, wo man sagt, irgendwie jetzt nur Kopis so. Und da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Aber das sind jetzt die Entler-Guppis aus meinem No-Mansion-Aquarium, die ich jetzt hier noch übernommen habe. Ich habe einige Tiere tatsächlich abgeben können, da hatte ich einfach Glück, dass die jemand genommen hat. Das ist ja bei Guppis gar nicht selbstverständlich, auch bei Entler-Guppis. Und das ist auch so ein Kreuz- und Quer-Gemisch-Stamm. Und der hat sich so von der Färbung her sehr stark in Richtung Wildform entwickelt. Das finde ich auch mal einen sehr spannenden Prozess, dass über lange Zeit verschiedene Fahrformen sich in Richtung Wildform entwickeln. Und dann geht es ans Temperaturmessen. Ich mache das nämlich anders als beim ersten Mal gerade am liebsten morgens direkt, denn dann kann ich die Nachttemperaturen abschätzen. Und wenn der Teich morgens schon so 16 Grad hat, dann ist das gerade so an der Grenze, dass ich sage, ja, ich warte noch mal ein paar Tage, dass es auch stabil bleibt, aber dann können auch die Fische rein. Und die Entler-Guppis sind, wie alle Tiere, die ich in diesen Mini-Teich einsetze, natürlich dafür sehr, sehr gut geeignet, aufgrund ihrer hohen Temperaturtoleranz, breiten Temperaturtoleranz, und zwar ins Niedrige und ins Hohe auch. Denn das ist für mich immer ein Auswahlkriterium für Fische, die ich draußen halte, dass ich tatsächlich schaue, dass die eine breite Temperaturtoleranz haben. Und Entler-Guppis in der Outdoor-Aquaristik sind natürlich weit verbreitet. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt keine Fische einsetze, dieses Jahr werden es einfach diese Entler-Guppis. Ich habe fast nur Weibchen, ich glaube, ich habe nur ein Männchen hier mitgenommen und bin mal gespannt, ob da eine Formierung stattfindet oder nicht. Grundsätzlich ist das erstmal ganz gut, weil die Weibchen nicht so sehr durch Männchen gestresst werden. Formierung wird es trotzdem geben. Der eine Mann hat jetzt genug zu tun. Grundsätzlich wird man, wenn man jetzt auf Masse in der Zucht gehen wollen würde, wahrscheinlich auf jeden Fall mehr Männchen einsetzen, um da eine hohe Befruchtungsrate zu erreichen. Aber ich lege es nicht auf viele Tiere an. Ein bisschen Formierung fände ich okay. Man sieht übrigens hier das schöne Männchen mit diesen Punkten. Das ist einfach eine Mischung aus verschiedensten Farbschlägen. Ich lege es nicht auf Formierung an, aber ein bisschen Formierung fände ich gut, denn ich habe in letzter Zeit wieder damit gearbeitet, dass ich Entler-Guppis als Beifische ja auch einsetze und dann aber nach Geschlechtern getrennt. Und das würde ich dann hier auch so machen. Also ich schaue mal, was dabei rauskommt. Ich rechne jetzt hier nicht damit, dass ich die Tiere in Massen formiere und dann in den Handel gebe, denn der Handel möchte in den seltensten Fällen einfach so eine Entler-Mischung haben. Und das ist auch total nachvollziehbar, denn die müssen auch schauen, dass sie Tiere haben, die gerne gekauft werden, gerne verkauft werden. Und da ist so eine Misch-Entler-Geschichte immer so eine Sache. Da geht man eher Richtung Farbschläge und Reinerbigkeit und das ist hier aber nicht mein Ziel. Das heißt, wenn ich hier nachher, weiß ich nicht, 30 Entler-Guppis habe, dann würde ich die getrennt nach Geschlechtern auf Aquarien verteilen und die einfach behalten. Ja, und dann geht es wieder an die Messung und das war hier auch die Entscheidung. Jetzt hatte ich hier 18 Grad morgens und das Erste, was ich mache, ist, ich gleiche die Temperatur an. In dem Quarantänebecken hatten wir so 23, 24 Grad. Hier seht ihr jetzt in dem Wasser im Wärter sind noch 23 Grad. Und da warte ich jetzt dann so lange, bis die Temperatur in dem Fischfangbecher die gleiche ist wie in dem Miniteich. Das heißt also eine relativ langsame Angeföhnung. Mich hatte noch interessiert, ob hier in diesem flachen Wasser die Temperatur anders ist, aber das ist also überall gleich verteilt. Vielleicht haben wir in den tieferen Regionen nochmal einen Grad kälter. Aber ansonsten 18 Grad morgens, das ist schon ganz schön. Und danach würde ich auch gehen. Also ich habe ja dieses Jahr zum Beispiel nicht mit einem Heizstab gearbeitet. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Das war mal ein Versuch. Aber dieses Jahr wollte ich das vermeiden. Und deswegen habe ich einfach so lange gewartet, bis bei mir hier in meiner Region diese Temperaturen erreicht waren. Ich kann euch da auch keinen Zeitraum nennen, denn das ist von Region zu Region ja total unterschiedlich. Wenn, als die Temperatur dann angeglichen war, habt ihr gerade gesehen, dann kommt für mich auch ein bisschen Wasserangleich dazu. Denn die Wasserwerte sind hier draußen sicherlich ein bisschen unterschiedlich zu dem, was ich da in dem Quarantänebecken hatte. Aber jetzt auch nicht wahnsinnig unterschiedlich. Aber da bin ich ganz gerne vorsichtig, wenn ich die Tiere hier draußen einsetze. Den Heizstab habe ich jetzt letztes Jahr ausprobiert. Das hat auch gut geklappt. Das ist aber auch wirklich ein Energieaufwand. Und wenn das nicht zwingend nötig ist, mit der Saison früher zu starten oder letztes Jahr, wann es dann mit den Skiffia-Multipunktate, den Hochlandkämpflinge auffische, wo ich ein bisschen vorsichtiger sein wollte, dass es nicht so kalt wird, dann finde ich jetzt hier bei den Enter Guppies, die man kennt in der Outdoor-Aquaristik, die ich auch schon kenne in der Outdoor-Aquaristik, ist das kein Problem, auf einen Heizstab zu verzichten. Aber ich hätte sie sicherlich mit Heizstab, ich sage mal so drei, vier Wochen früher, raussetzen können, als das jetzt der Fall war. Ja, und dann werden sie einfach vorsichtig in den Mini-Teich gegeben, bis der letzte auch raus ist. Ich habe jetzt hier ein bisschen zu viel Wasser drin, sodass ich das noch einmal abschöpfe. Ich hatte draußen tatsächlich noch nie Probleme mit Fischen, die ja rausgesprungen sind, aber ich achte gleichzeitig trotzdem darauf, dass die Wanne jetzt nicht so voll ist, dass sie quasi schon überläuft. Deswegen nehme ich hier nochmal was raus und meine Pflanzen freuen sich, dass sie wieder gegossen werden. Wenn es regnet, dann läuft das Ding natürlich ab und an mal voll und dann kann es auch mal sein, dass es oben ein bisschen überläuft. Aber wie gesagt, noch nie hatte ich das Problem, dass mir irgendwelche Fische daneben lagen oder so oder irgendwie weniger geworden sind oder rausgesprungen sind. Das muss nicht überall so sein, da würde ich jetzt keine Gewehr für geben, dass man da immer auf der Nummer sicher Seite ist. Aber wenn ich das unter Kontrolle habe, dann schaue ich, dass ich den Wasserstand ein bisschen absenke. Die Tiere jetzt direkt nach dem Eingewöhnen sind ein bisschen schreckhaft, verstecken sich. Aber das Schöne an den Entler-Gubbies ist ja im Vergleich zu anderen Arten, dass sie einfach sehr, sehr mutig sind. Das sind sehr mutige Tiere und wenn die sich eingewöhnt haben, da wird man auch sehr schnell sehen, dass sie sichtbar sind. Anders als ja schon so viele andere Arten, die ich hier draußen gehalten habe. Sowohl die Perlhuhn-Bärblinge als auch die Skiffia, die habe ich selten zu Gesicht bekommen, wenn ich von oben in das Gewässer reingeguckt habe. Und bei den Entler-Gubbies ist das definitiv anders und da freue ich mich schon drauf, dass hier ein bisschen Leben drin ist in der Bude. Ein Thema, was ich noch ansprechen möchte, das habe ich noch nie angesprochen, aber ich habe davon gelesen und gehört, sind Vögel, die dieses Gewässer nutzen zum Trinken und zum Baden. Hier seht ihr eine Amsel und da gibt es Berichte, dass gerade Amseln sich auch schon mal den einen oder anderen Fisch geschnappt haben. Ich konnte das tatsächlich bei mir noch nie beobachten. Ich wollte das aber mal erwähnen, denn ich habe hier im Hinterhof bei uns sehr, sehr viele Vogelarten. Ich bin da auch durchaus ornithologisch ein bisschen interessiert und habe die mal gezählt. Das ist echt Wahnsinn, mitten in der Stadt hier im Hinterhof bin ich auf, es waren knapp 20 verschiedene Vogelarten. Wir kommen nicht auf einmal, aber mit der Zeit. Und die Amsel ist eben auch dabei und die sind hier sehr aktiv an diesem Wasser. Jetzt haben wir hier nochmal ein Amselmännchen gleich im Bild. Ihr seht, ich habe das von weit weg gefilmt, deswegen auch diese schlechte Heranzoom-Qualität. Aber ich wollte den Vogel jetzt da nicht verscheuchen, sondern euch das zeigen. Und hier haben wir jetzt das Amselmännchen, was gerade aktiv badet. Das hatte das andere Tier gerade vorher auch gemacht. Also die sind da gerade in diesem flachen Bereich, wo der Pflanztopf von der Iris ist, sind die super gerne unterwegs. Das hat anscheinend genau die richtige Wasserhöhe. Die trinkt jetzt da so ein bisschen und herangesoomt. Qualität schlecht, aber man erkennt es, jetzt badet sie richtig. Und das kann ich wirklich jeden Tag beobachten und zwar verschiedenste Vogelarten. Unter anderem auch Ringeltauben, also wirklich sehr, sehr große Tiere. Da plätschert das hier richtig. Ja, und bisher wurde mir noch kein Fisch rausgefangen, zumindest nicht so, dass ich es bemerkt habe. Aber ich habe gehört, dass das passieren kann. Für Insekten übrigens auch super, so eine Wasserstelle zu haben. Gerade in den trockenen Sommern, die wir haben, sieht man immer wieder verschiedenste Insektenarten, verschiedene Hummelarten, verschiedene Bienenarten, Wespenarten, die sich hier dran bedienen. Und das ist auch so ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte. Ich habe dieses Gewässer ja hier auf der Terrasse stehen. Und das hätte ich auch dieses Jahr stehen gehabt, wenn ich es nicht mit Fischen besetzt hätte. Dann hat man aber manchmal das Problem, weil es ja doch eher ein stilles Gewässer ist, trotz dieses Lufthebefilters, der da drin ist, dass sich auch Mücken in diesem Gewässer fortpflanzen. Und das sind bei uns dann in der Regel Stechmückenarten. Und ja, mit so einem Besatz, auch mit Guppies oder Entlerguppies, verhindert man das natürlich. Für die Tiere ist das total toll. Die haben Lebenfutter immer wieder dauerhaft zur Verfügung. Und dementsprechend geht es denen auch gut. Da habe ich ja schon ganz häufig drüber berichtet, dass man nicht unbedingt füttern muss. Ihr habt gesehen, ich habe gerade schon gefüttert. Da sage ich auch gleich noch was zu. Aber man kann auch über langen Zeitraum nicht füttern. Die Entlerguppies gehen auch gerne an Algen oder den Aufwuchs überhaupt. Oder die Mikrofauna in den Algen dann entsprechend fressen die sehr, sehr gerne. Und da finden die reichhaltig Futter, aber eben auch Insektenlarven wie Mückenlarven und dergleichen. Das ist also eine total gute Ernährung. Auch das Sonnenlicht tut den Tieren einfach gut. Das sieht man an den Färbungen später, wenn man sie dann im Herbst rausholt. Das habe ich jetzt bei verschiedensten Arten schon beobachten können. Ich überlege, ob ich auch noch ein paar Zwergganelen einsetze. Da habe ich ja verschiedenste Stämme zur Verfügung. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon gemacht. Und vielleicht mache ich das auch wieder. Amano-Ganelen werden es dieses Jahr wahrscheinlich nicht werden. Das habe ich ja letztes Jahr ausprobiert. Das ging gut. Aber da habe ich halt nicht viel von. Die haben jetzt auch die Algen nicht so sehr in Schach gehalten, dass ich gesagt habe, das hat jetzt irgendeine Wirksamkeit. Den Tieren hat es gut getan. Die haben Eier getragen, als ich sie rausgeholt habe. Das hätten sie aber im Aquarium auch. Also insofern sehe ich da jetzt nicht den riesen Mehrwert drin. Aber vielleicht so eine schöne Zwerggganelen-Farbform könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, mittlerweile sind die Tiere nicht mehr so schreckhaft. Und vor allem die Seerose, die kleine, die wächst ja wirklich unglaublich gut. Also es ist keine Teichrose übrigens, die gibt es ja auch noch. Den kleinen gelben Blüten ist eine Seerose, aber in einer Zwergform. Welche das genau ist, kann ich euch nicht sagen. Ich habe sie vor einigen Jahren in so einem Gartencenter gekauft. Und da habe ich auch in dem Video, als ich die eingesetzt habe, dazu die genau gezeigt. Ich habe noch ein bisschen einen Kryptokorin-Versuch gestartet. Eine Pflanze mal eingesetzt in den Sandboden. Da ist relativ klar, dass sie den Winter dann nicht überstehen wird. Aber ich bin mal gespannt, wie sie über den Sommer wächst und ob sie wächst. Und ja, ansonsten macht es mir tatsächlich auch sehr viel Spaß, das Wachstum von den Pflanzen zu beobachten. Die Iris wird irgendwann blühen und die Seerose schiebt jetzt schon die ersten Blütenstände nach oben. Und man kann fast zusehen, zwischen dieser Aufnahme und der letzten ist ein Tag vergangen. Es sind zwei weitere Schwimmblätter an die Oberfläche gekommen. Das heißt, wenn erst mal Temperaturen erreicht sind, die dem Wachstum Genüge tun, dann geht so eine Seerose auch echt extrem ab. Und ich bin mal gespannt, wie die sich dieses Jahr entwickeln. Auf die Blüten freue ich mich auch schon sehr. Da könnt ihr mal gucken. Vielleicht poste ich auf Instagram da nochmal was von. Ich fütter ein bisschen zu. Ihr habt gerade schon gesehen, Feinzeribus-Flockenfutter, jetzt auch Athenien-Naupien. Und zwar mache ich das in erster Linie so für den sanften Übergang. Das ist das Futter, was die Tiere vorher auch gewöhnt waren aus meiner Quarantäne. Und ich möchte einfach, dass die jetzt zu Beginn sehr, sehr fit sind. Wir haben auch noch Temperaturschwankungen im Moment. Jetzt sind wir so im Mai unterwegs, haben eine sehr heiße Phase gehabt, da war das gar kein Thema. Aber es kommen auch wieder nochmal ein paar kältere Tage. Und da kann das schon mal sein, dass die Temperatur nachts nochmal so auf 16, 18 Grad runterfällt. Und das schaffen die Tiere wunderbar, aber die müssen in einer guten Kondition sein. Das ist also gerade in dieser Übergangszeit immer so eine Sache, ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Für den Notfall würde ich natürlich auch dann einen Heizstab einsetzen, wenn ich merke, oh, jetzt wird es vielleicht doch noch ein bisschen zu kalt in der nächsten Zeit oder ist angesagt. Dann gehe ich da auf jeden Fall auf Nummer sicher. Denn auch wenn es in Anführungsstrichen nur Entlerguppies sind, ich mag diese Tiere immer schon sehr, sehr gerne. Ich habe immer Sorge vor der Vermehrung, aber auch dagegen kann man was machen. Ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie man frühzeitig die Geschlechter trennen kann bei Entlerguppies. Und das kann ich wirklich nur empfehlen, weil sie sich sonst einfach explosionsartig vermieren. Das heißt auch hier wieder, wie bei den Gedanken der Zucht, macht euch vorher Gedanken, wenn ihr die Tiere so einsetzt, dass sie sich vermehren können, sprich gemischte Geschlechter, wo ihr dann mit eventuell auftauchenden oder in diesem Fall auf jeden Fall auftauchenden Jungtieren in großen Massen, wo ihr damit hin könnt. Und da ist sicherlich jetzt nicht jeder Zoohandel dazu bereit, irgendwelche Entler-Mischmasch-Formen anzunehmen. Hornkraut habe ich noch mal ein bisschen nachgesetzt, denn das, was ich eingesetzt hatte, sagen gut aus und das ist einfach von einem Rückschnitt, in dem Fall vom Fluss-Aquarium, wo ich dann wieder was überhatte, habe ich gedacht, ich schmeiße das noch mal da rein. Und ich bin sehr gespannt, wie der Teich sich dieses Jahr entwickelt. Einen leichten Sandboden habe ich drin und ansonsten passiert ja eigentlich nicht viel. Im Moment fütter ich noch zu, das werde ich über den Sommer unregelmäßig machen, aber immer mal wieder zwischendurch. Und dann geht es den Tieren auf jeden Fall super gut. Und in Richtung Herbst werde ich dann schauen, dass ich dann die Tiere wieder abfange, wenn es kälter wird, und dann wie gesagt auf meine Aquarien-Geschlechter getrennt verteilen. Ja, das ist eigentlich jetzt der Stand. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ich entlasse euch mit dem letzten Bild jetzt hier vom Miniteich auf der Terrasse und sage einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. , bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020